hallo leute hallo und herzlich willkommen zurück hier in zodags zeitresor zu diesem neuen video ja ganze weile haben wir uns schon nicht mehr gesehen aber jetzt bin ich wieder da es ist doch einiges passiert bei mir in den letzten monaten und wenn man dann zurückkommt ist es ja immer so ein bisschen schwierig die abwägung interessiert die leute da draußen was so bei einem vorgeht warum man jetzt längere zeit vielleicht auch mal nicht da war oder ist den leuten das auch völlig egal wenn es euch interessiert werde ich am ende des videos noch ein bisschen darauf eingehen dann könnt ihr bis zum schluss dranbleiben aber in diesem video soll es eigentlich natürlich um was anderes gehen denn um die guten vintage toys die wollen wir sehen deshalb sind wir hier und heute geht es um meine eindrücke und natürlich meine einkäufe von der los amigos 6 die vor einigen wochen in noise diesmal stattgefunden hat und dann will ich natürlich auch noch etwas vorfreude verbreiten zu dem mega toy event was uns als nächstes ins haus steht nämlich die toyplosion 2 da hat mich hier dieser wunderbare deckenhänger erreicht und den wollen wir uns natürlich ganz genau anschauen ich werde auch wieder ein stand haben um all das und noch ein bisschen mehr soll es heute in diesem video gehen also bleibt dran ja freunde die los amigos die masters of the universe convention in deutschland war jetzt vor etwa zwei wochen zum sechsten mal allerdings diesmal nicht in hanau sondern in noise ich muss sagen diesem umzug kann ich nur positives abgewinnen es war wirklich eine wunderbare halle der innenraum war gut klimatisiert es war alles ein bisschen größer es war heller es wirkte alles noch deutlich professioneller ich habe schon gehört der ein oder andere hat so ein bisschen den charm aus hanau vermisst den die location zweifelsohne auch ausgestrahlt hat aber für mich muss bei so einer convention müssen andere sachen stimmen stehen andere sachen im vordergrund und das wurde hier auf jeden fall meiner meinung nach voll erfüllt es war einfach mehr platz es war nicht so gedrängt es war längst nicht so heiß man hatte nicht diese gefühlten 90 prozent luftfeuchtigkeit in den räumlichkeiten also insofern befürworte ich sehr diesen umzug und hoffe auch dass die nächste los amigos wieder in neues stattfinden wird oder in einem ähnlichen gebäude ich war so gegen 9 uhr 30 da etwa es war auch schon lange schlange vor ort es ging für mich auch wirklich sehr früh hier aus hamburg los ich glaube so um 2 uhr 30 morgens oder nachts kann man eigentlich sagen hat mein wecker geklingelt ist eine zeit wo ich normalerweise so ins bett gehe war doch ungewohnt da aufzustehen und dann kurz nach vier hier vom hamburger hauptbahnhof ging dann mein zug mein ice richtung frankfurt dann noch über düsseldorf und dann letztlich neuss etwa viereinhalb stunden später war ich dann da mit dem einlass ging sehr zügig muss man sagen sobald die tore sich geöffnet hatten strömten die massen hinein und für viele hieß es dann sich gleich wieder anstellen für die massive auswahl an exclusives die es auch dieses jahr wieder gab ich muss ja sagen ich finde die jungs und mails übertreiben es fast ein bisschen was da alles an exclusives vorgestellt wurde war ja wirklich wahnsinn ob es jetzt dieser ring war dieser art diese art football ring oder ich weiß gar nicht genau schmuckring wie man das siegel ring trifft auch nicht ich weiß nicht genau wie man die nennt aber auf jeden fall ihr werdet ihn gesehen haben diesen fetten los amigos klunker der schon also live sehr beeindruckend war muss man sagen dann gab es natürlich wieder jede menge kappen und t-shirts aber auch so sachen wie ein funktionierendes mikrofon für die snake mountain im in diversen größen und grenadier gab es glaube ich auch also ordentlich was wurde aufgefahren für die fans die sich speziell von der convention ein exclusive mitbringen wollten war wirklich beeindruckend wie gesagt und dann ist es natürlich doch irgendwo hauptsächlich die leute warum man hingeht also gibt mir jedenfalls so ich weiß noch die ersten jahre bin ich einzig und allein wegen der toys hingefahren aber man merkt auch immer mehr dass das in den hintergrund rückt gerade wenn man halt auch schon so viel hat und die gespräche die netten ja der nette austausch vor ort viel wichtiger wird und so war es auch dass ich eigentlich die meiste zeit gar nicht an irgendwelchen ständen war sondern mich mit leuten unterhalten haben das ist einfach auch cool die anderen toy freunde mal wieder zu sehen und man sieht sich ja nur so zwei drei mal im jahr wenn es mal zu solchen conventions kommt leider waren nicht alle da retro rauner zum beispiel toy tenner ultimate player waren alle nicht dabei das war natürlich schade aber ich habe mich längere zeit sehr nett mit meinem ja wie soll ich sagen youtube kollegen freund michelle unterhalten der baum der sterbenden zeit michelle falls du das siehst ich freue mich immer sehr dich zu treffen immer tolle gespräche er hatte auch einen stand vor ort masters tv ist sein youtube channel unten natürlich verlinkt in der video beschreibung ich merke ich bin so ein bisschen raus wenn man so lange keine videos gemacht hat muss man erst mal wieder so in den fluss kommen merke ich gerade boomer war natürlich da von boomer tv auch wieder ein bisschen lustigen quatsch gemacht vor ort und die trödel mama habe ich getroffen mit ihrem wunderschönen bärtigen mann bei der gelegenheit fällt mir an die örtlichkeiten vor ort waren großartig dem ultimate player hätte das gefallen die panels haben mir noch besser gefallen man hatte auch einfach irgendwie ein bisschen mehr ruhe und wie gesagt das klima war besser sich auch wirklich die ein oder anderen fachvorträge vor ort anzuhören die retro fabrik war natürlich wieder dabei hat ein bisschen was zu ihrem neuen hörspiel erzählt das war sehr spannend generell war es unglaublich wie viel kreative leute wie viel customizer wieder vor ort waren und ihre sachen vorgestellt haben tolle bilder tolle zeichnung tolle 3d druckfiguren und vieles mehr also wahnsinn ich muss aber sagen dass ich mich doch dieses mal sehr zurückgehalten habe habe relativ wenig gekauft das erste und beste stück meiner meinung nach gleich zu anfang das seht ihr hier neben mir gucken wir uns natürlich gleich im detail an und hier seht ihr auch schon ein bisschen mehr an der seite aufgebaut also ein paar merchandise stücke bei merch werde ich ja immer schwach da kann ich schlecht widerstehen vor allen dingen wenn es dann so tolle sachen sind die ich oft noch nie in der form gesehen habe dann geht das portemonnaie auf und die augen werden groß und das war auch dieses mal der fall aber es gab auch ein paar figuren es gab auch ein paar vorab deals die man dann vor ort abgewickelt hat das natürlich auch ganz praktisch spart man sich das mit dem versand ich habe zum beispiel dem lieben ferro moto lambo habe ich ein switchblade mitgebracht da hatten wir so ein tauschstil das war ganz cool und für ein masters fan hatte ich auch noch so ein poster dabei haben wir ein deal gemacht das hat er mir abgekauft und wo ich gerade ferro erwähne natürlich die jungs von der toyplosion waren allesamt vor ort ich habe mich eine ganze weile mit peter petendo über das exclusive two pack unterhalten das war wirklich sehr interessant wie viel liebe wie viel arbeit da rein geflossen ist also wirklich unglaublich ich glaube man kann das es wirklich schätzen wenn man so diese ganzen hintergründe erfährt wie viel verschiedene kartonarten ausprobiert wurden wie viel folien ausprobiert wurden bis man endlich eine blister folie gefunden hat die man so im bogen da rein ziehen kann ohne dass sie splittert oder ohne dass sie irgendwie dann auch zu instabil ist wahnsinn vielen vielen dank dass ihr so viel zeit und mühe in die ja sag ich mal investiert um der community was gutes zu tun und der erfolg gibt ihnen recht das tupac war ja auch innerhalb von minuten ausverkauft so aber damit genug der vorrede kommen wir zu meinen funden was habe ich mir gegönnt auf der los amigos und es ist gute alte tradition dass eigentlich mein erster weg mich immer zuerst so jens rehause führt der märz könig schlechthin aus der falls connection kennen vielleicht einige von euch von facebook da macht auch immer mal wieder sales und er ist auch regelmäßig mit einem stand vor ort und auch dieses mal habe ich wieder tolle sachen bei ihnen gefunden beziehungsweise das was ich auch jetzt zeige das war eigentlich schon die wir im vorhinein abgemacht hatten und zwar handelt es sich um diese beiden kites ja ich hoffe ihr könnt sie sehen sie sind relativ groß und das war eben auch der punkt dass er meinte zum verschicken ein bisschen schwierig ich bringe sie dir mit einmal hier skeletor mit sehr sehr coolem motiv wie ich finde es ist nicht so ein ja ich sag mal 08 15 mccarthy artwork was man ja schon sehr sehr oft auf merchprodukten findet also mccarthy war der zeichner der damaligen card back illustration und das hier das sieht man dass es wirklich mal was ganz anderes wie skeletor hier dargestellt ist und auf der rückseite sieht man dann eben auch wie der drachen dann aussieht dieser coolen skeletor fratze richtig richtig schön wurde irgendwann mal bei toys ars gekauft also ist auch wirklich ein original lizenzprodukt aus der damaligen zeit wirklich vintage und dann gibt es eben auch das pandor he-man dazu und da muss ich sagen ja vielleicht ist der kopf in proportionen zum körper ganz bisschen zu groß geraten aber auch hier die beiden gehörner zusammen und absolut coole zeichnung dennoch wie ich finde und hier seht ihren auch noch mal auf der rückseite leider mit etwas geknautscht im gesicht ich denke auch nicht dass ich diese kites auspacken werde sondern sowas das ist einfach kultig da stellt man sich so irgendwo hin wenn man den platz dafür findet und ja vielleicht ein bisschen albern aber irgendwie fand ich es einfach großartig und musste die beiden teile mitnehmen und dann hatte der gute jens noch was an seinem stand was doch sehr meine aufmerksamkeit erregt hat und zwar war das diese box hier hinter mir record tot von kids stuff so eine kleine er sieht aus wie eine kleine schatztruhe könnte man sagen die hat er bei sich am stand stehen und da war ich schon mal richtig geflasht denn dieses modell kannte ich bis vor kurzem gar nicht dass das überhaupt gibt hat es dann habe es dann durch zufall bei ebay entdeckt aber auch nur in den usa und zu relativ hohen preisen dann kommt halt immer noch porto dazu und auch meist in nicht so gutem zustand auch die box von jens war ein bisschen angegangen und ich bin ja immer so ein bisschen kritisch was zuständen anbelangt und dann wies er mich darauf hin du guck mal beim stand hinter mir der hat auch so eine box geht doch da mal hin gesagt getan und da habe ich dann dieses wunderschöne stück hier im praktischen mint zustand kann man sagen eingesagt und das war dann auch direkt am anfang gleich mein highlight dieser convention eine wunderschöne box ja mit den mccarthy artworks die man von vielen anderen merch produkten auch kennt aber in dieser form einfach noch nie gesehen und diese kleine koffer hier der war eben für die schallplatten damals es gab ja von kids stuff diese kleinen bücher mit schallplatte auch mit kassette also in zwei varianten und die gesammelten schallplatten konnte man dann hier eben drin unterbringen ist auch ein wirklich top zustand auch von innen sieht man dass das praktisch ja überhaupt nicht benutzt wurde wie es scheint also hier ist auch noch so ein widmung sticker drin wo nichts drauf steht und man kann auch reingucken da ist also wirklich nichts dran obwohl das hier wirklich sehr fragil ist alles nur aus pappe hergestellt und da bin ich absolut happy dass ich dieses seltene stück in so einem traum zustand hier gefunden habe ebenfalls fündig geworden bin ich beim lieben christian von c toys auch der hatte einige schöne figuren für mich aber da würde ich sagen schauen wir uns die ganz in ruhe mal aus der ego perspektive an und ungewöhnlich für mich es wird auch angeboxt folgende figuren gab es von c toys für mich einmal hier dieser terminator 2 blaster t1000 der überhaupt nicht so aussieht wie der t1000 im film nicht mal ansatzweise den habe ich allerdings auch nicht direkt auf der los amigos gekauft sondern vorab in einem live sale wenn ich mich recht erinnere und ich fand den so von weiter weg irgendwie ganz kultig glaube ich 20 euro oder so gekostet nicht wirklich teuer aber als ich ihn dann vom namen betrachtet habe und gesehen habe dass der hier halt so ziemlich ja so ziemlich großen ausschnitt hier hat sage ich mal für seinen action feature da hat er mich dann schon nicht mehr ganz überzeugt und auch seine handhaltung finde ich ein bisschen seltsam also man kann ihn wirklich nur so hinstellen dass er praktisch die hände so auf den hüften hat ja ich bin noch nicht ganz sicher ob ich ihn behalten werde er hat auch keine beweglichen beine und dann hat er ein ganz interessantes action feature das kann ich auf der rückseite mal zeigen und zwar und dafür ist eben dieser ausschnitt kann man seinen kopf so nach unten klappen und dann kommt irgendwie dieser hintere teil also sein sein hintern sozusagen fährt dann aus und wird zu einem raketenwerfer wo man dann diese raketen einsetzen kann und zwar diese hier wofür das teil ist habe ich noch nicht so ganz verstanden was ich hier sehr interessant finde ist das teile recycling von kenner die kenner unter euch werden vielleicht diese beiden bomben hier wieder erkennen jedenfalls wenn ihr mask in der sammlung stehen habt das sind nämlich genau die raketen die auch beim vampire dabei sind nur dort sind sie eben schwarz und hier sind sie jetzt in silber vorhanden und wie gesagt können an den polizisten hinten rein gesteckt werden klingt komisch aber ihr wisst was ich meine ja ein bisschen seltsame geschichte wie gesagt ich habe bin noch nicht sicher ob ich ihn tatsächlich behalten werde ich habe auch sonst keine figuren aus der line und muss sagen dass die mich jetzt von nahen betrachtet auch nicht so 100 prozent überzeugen das ist eben immer so ein bisschen der nachteil bei diesen live sales wenn dann die sachen doch von bisschen weiter weg so hoch gehalten werden dann denkt man nach sieht ganz interessant aus der schleichen dazu und dann von nahen betrachtet erkennt man ja so der mega kracher ist es dann vielleicht doch nicht aber die andere figur die ich noch von sitos habe die finde ich wirklich sehr genial und suche ich auch schon lange und hier geht ein lieber gruß mein kollegen marlon raus der nämlich auch schon lange auf der suche nach dieser figur ist und wir haben so ein bisschen gewitzelt wer die figur zuerst findet gibt dem anderen kaltgetränk aus also marlowe du siehst ich habe sie zuerst gefunden insofern du schuldest mir eine fanta mein lieber war jetzt allerdings auch vorab ein kauf und zwar im online shop den hatte c toys im online shop gelistet und wenige minuten später habe ich zugeschlagen sehr zum ärger einiger andere sammler kollegen die den auch ergattern wollten aber ich war hier der schnellste und habe mir diesen arni hier gesichert aus last action hero ist wie ich finde relativ cool gestaltete figur man erkennt hier auch klar den schwarzen ecker die hose und vor allen dingen diese geilen krokostiefel hier finde ich schon sehr gelungen was hier wiederum auch ein bisschen komisch ist oder ein bisschen ja nicht so gelungen sind die hände ich weiß nicht was sich mattel hier bei diesen seltsamen ausbuchtung der faust hier gedacht hat warum zum teufel ist diese ausbuchtung hier viereckig das sieht ja völlig unnatürlich aus und es ist halt auch einfach nichts dabei was er überhaupt in diese hand nehmen könnte also er hat hier ein mauerstück ein paar hanteln und das hier sollen wohl dynamit stangen sein die sind sozusagen verkehrt rum von der anderen seite so kann man das vielleicht besser erahnen ja aber nichts davon kann in diese hand nehmen es ist alles nur gedacht für seinen wurf feature mit dieser hand wenn man sieht es ist so ein bisschen wie bei handlebar von marshall bravestar man kann ihm also was in die flache hand legen dann die hand zurückziehen und ihnen das dann werfen lassen hier auf der illustration ist das ganz schön veranschaulicht da ja aber was ist mit der anderen hand freunde was soll das hier hat nicht noch irgendeine schusswaffe dabei die man da reinklemmen könnte da muss ich mir was überlegen aber der kollege hier den wollte ich eigentlich auspacken eben habe ich noch gesagt jetzt bin ich schon wieder ein bisschen am zweifeln ob ich ihn wirklich auspacken soll oder nicht ich bin halt immer so ein bisschen vorsichtig wenn es darum geht altes action spielzeug auszupacken weil das ja auch irgendwie so ein gesamtkunstwerk darstellt sage ich mal hier mit diesen film streifen an der seite oder mit diesem raster von den film dias und damit den schön mit der schönen hintergrund grafik also ja ich denke mal ich werde ihn erstmal noch verpackt lassen aber es kommt auf jeden fall noch eine figur die werde ich auspacken aber den guten arnie den lasse ich erstmal hier noch in seinem plastik gefängnis ja ebenfalls am start waren die jungs von steinedorf ollie und basti war mit einem ungewöhnlich großen stand am start hatten wirklich jede menge coolen vintage stuff dabei und ich freue mich einfach immer mega die jungs zu treffen und in ihren kisten zu stöbern und diesmal war nichts für mich dabei aber dieser berserker hier das war ein deal den hatten wir schon vorher gemacht und den hatten die jungs dann mitgebracht und der kollege hier der wird definitiv ausgepackt erstens ist der blister schon relativ gelb und zum anderen ist halt auch nicht mehr ganz heil wo sieht man das hier irgendwie am fuß ja da ist er schon kaputt und hier ist auch da ist auch ein riss ihr seht und ich muss auch sagen ich finde dass hier das card artwork nicht besonders gelungen weil er halt auch einfach nicht das richtige outfit hat also ich verstehe das gar nicht ich bin ja nun wirklich kein wrestling experte aber ich habe mir ich glaube das erste match von ihm hier angeguckt gegen den undertaker und da hat er ziemlich genau dieses outfit an hat zwar noch eine coole gold kette um aber sonst hat er genau dieses braune leibchen hier und eben nicht das blaue deswegen verstehe ich nicht warum man hier dann dieses blaue kostüm auf die karte gebracht hat ja einfach unverständlich und was mich eben auch ein bisschen stört an der optik im blister ist wiederum die hand ich weiß nicht habe da irgendwie so ein tick mit den händen hier hat er eine sehr seltsame handhaltung und dadurch dass die hand so nach unten gekippt ist sieht man das natürlich auch also sieht aus als würde er ein kantholz halten wollen dabei hatte er eigentlich ein schwert und ein schild dabei jedenfalls bei seinen auftritten mit dem schwert hätte fast den undertaker abgestochen aber was ist hier los und hier haben wir diese hand die irgendwas kantiges halten soll aber es ist überhaupt nichts dabei was er halten kann ich habe beim ultimate player gesehen dass der so ein custom schwert hier für den kollegen sich gekauft hat ich habe auch danach gesucht habe aber keins gefunden aber ich habe ein bisschen was anderes gefunden an bewaffnung in meiner waffen kiste und hoffe mal dass irgendwas davon halbwegs passt ich finde ja diese keule hier am coolsten aber die ist natürlich maximal überproportioniert das ist von dem new eternia beast man und ich finde die würde ihm wirklich sehr gut stehen aber da wird er natürlich sofort umkippen und wie gesagt sie ist einfach viel zu groß aber schauen wir mal das schwert hier ist eigentlich auch ganz passend finde ich aber eben auch ein bisschen groß ich denke mal am besten wird wahrscheinlich tatsächlich he-mans zauberschwert in seiner hand passen aber gucken wir mal das sehen wir wenn wir ihn auspacken und das machen wir jetzt mal mal gucken wie gut wir den blister hier von der karte runter bekommen ich bin ja wirklich kein auspack profi weil ich sowas echt selten mache und leider ist auch die jetzt geht es hier aber ist auch die bubble noch relativ fest mit der pappe verbunden aber jetzt dann ging es doch ganz einfach die erste wrestling figur die ich auspacke und er schaut natürlich wirklich schön aus ich habe auch mal ein bisschen geguckt im internet so bei ebay der wird schon hin und wieder angeboten aber auch relativ hoch gehandelt also im guten zustand ist er kaum unter 40 50 euro zu bekommen wahrscheinlich auch wegen dieses stoff gewand hier was er bei den figuren sehr selten war und er ist dann halt immer verschrammt besonders sein helm der ist wohl sehr anfällig für kratzer genau wie die stiefel natürlich hier das weiß ist immer anfällig und der hier ist auch wirklich schön bemalt finde ich er zwar hier so eine ganz kleine macke auf der wange könnte aber auch eine schramme vom kampf sein aber die augen sind gut bemalt man hat ja leider immer mal wieder das problem dass die augen so unterschiedlich bemalt sind kann ich auch überhaupt nicht haben genau wie diese komischen handformen hier aber hier sind die augen schön gleichmäßig auch wenn er so ein bisschen dümmlicht reinschaut aber das liegt natürlich auch an seiner das war so ein bisschen sein signature move für dieser ja wie soll ich sagen schreimund erinnert ein ganz bisschen an elvis nach dem egal ich sag's nicht auf jeden fall auf jeden fall hat er hier noch diesen schicken gürtel der so ein bisschen lang geraten ist aber sonst eine coole figur action feature funktioniert natürlich auch die hand hier finde ich eigentlich ganz witzig hier mit dem daumen nach oben da so ein bisschen wie bei den he-man-figuren nur dass er hier wiederum nichts halten kann sondern wie ihr seht ist die hand ja geschlossen sozusagen bis auf den erhobenen daumen und jetzt gucken wir mal ob wir ihm hier ein schwert in die hand geben können und wie gesagt ich denke mal das zauber schwert wird wahrscheinlich noch am besten passen ja passt sogar ziemlich gut und das sicherlich auch von der musste vielleicht mal in die andere richtung gucken so macht doch einen ganz guten eindruck immerhin hat er überhaupt was in der hand und bis ich ein besseres custom schwert finde darf er dann hier erst mal das zauberschwert schwingen so kleiner nachtrag nachdem ich ihnen jetzt so ein bisschen mit dem zauberschwert mir angeguckt habe fand ich es doch irgendwie unwürdig dass dieser komiker hier mit dem magischen schwert unterwegs ist und ich hatte ja schließlich noch ein paar andere waffen dabei und habe schon ja natürlich festgestellt okay mit der keule das macht einfach keinen sinn das ist irgendwie albern das schwert hier passt auch nicht der griff ist halt viel zu klein und das schwert ist auch zu lang aber mit der keule hier mit dem quatsch mit dem morgenstern das gibt eigentlich auch noch ein ganz gutes bild ab wollte ich euch noch mal zeigen wenn man ihm den so in die hand legt man kann auch so ein bisschen durchschieben dass er nicht ganz so lang wirkt und dann finde ich das auch eigentlich ein ganz stimmiges bild okay er hatte jetzt als kämpfer ein schwert dabei aber so mit diesem morgenstern könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben was ihr besser findet morgenstern oder zauberschwert aber ich glaube so mit dem morgenstern sagt mir doch irgendwie mehr zu ja wer ebenfalls mit einem relativ großen stand vor ort war war mo von time for action toys und auch bei ihm konnte ich einige schöne merch stücke und figuren ergattern und auch da werfen wir jetzt mal einen blick drauf diese zwei schönen sachen hier habe ich am stand von mo gefunden einmal dieses masters of the universe castle greyskull Aufstellpappkärtchen ihr könnt das sehen hier das ist so vorgestanzt man kann hier also diese burg so nach oben kippen und dann den rest hier an der gefalzten stelle nach unten kippen und da hat man als ein aufsteller hier das ist dann der fuß und und ja von der rückseite recht unspektakulär aber hier sieht man auch noch mal hier das stanzmuster noch nie gesehen sicherlich damals in den spielzeug geschäften gestanden er hatte castle greyskull beastman und orko interessante zusammenstellungen aber davon habe ich mir dann nur hier das castle greyskull teil mitgenommen da steht hier oben trademarks mattel leider kein jahr aber sicherlich vintage aus der zeit schönes klassisches mccarthy artwork hier von castle greyskull und dann hatte er noch dieses golden book da habe ich die meisten schon von aber das hier fehlt ihm noch in sehr sehr schönem zustand the river of rune wo himmel hier vor dieser flutwelle fliehen muss und die hefte sind alle ähnlich gezeichnet hier ist eine kleine widmung drin fand ich aber nicht so schlimm hier von 1986 josh josh with love to josh with love christmas 1986 die namen kann ich nicht so genau lesen sind wahrscheinlich die großeltern gewesen ja schönes buch sehr schöner zustand kindgerechte zeichnungen aber toll gemacht ich mag diese kleinen bücher und ganz gerne wo wie gesagt der zeichenstil hier sehr einfach gehalten ist aber schön und gar nicht so leicht in so einem schönen zustand zu finden tatsächlich war das buch noch mal auf der los amigos aber im schlechteren zustand da war ich doch froh dass ich das hier dann mitnehmen konnte und da habe ich dann kommen die preis gemacht hier zusammen mit dem aufsteller und dann war das auch eine günstige sache der mo hatte mir aber noch ein bisschen mehr mitgebracht und zwar das hier das war allerdings aus einem sale vorab hat er mir dann auch eben zu los amigos mitgebracht ein paar alte hot wheels aus den 90ern sehr schön mit diesen klassischen long karts hier sehr sehr coole modelle war so ein kombi paket den finde ich vor allen dingen hier sehr cool diesen skorpion 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 evil weevil den gibt es auch in blau ursprünglich war der mal blau vielleicht kennt ihr den der ist in dieser speed demons reihe damals rausgekommen die hatte ich auch alle als kind da gab es ja so drachen und so ein panther und krokodil und eine schlange und eben auch diesen skorpion aber ich muss sagen hier in dieser neon rot orange version mit den knallgrünen augen gefällt er mir noch mal eine ganze ecke besser als in diesem dunkel blau ich finde auch dass die struktur des fahrzeugs so schöner zur geltung kommt also das war eigentlich hier der hauptgrund warum ich das konvolut haben wollte aber auch das andere sind schöne modelle wir haben hier noch eine 63er corvette mit sehr wilder lackierung und goldenen felgen auch sehr sehr cool schönes fahrzeug corvette geht sowieso immer dann haben wir hier noch einen 37er bugatti erinnert so ein bisschen an die dick tracy zeit so ein klassisches altes gangstermobil will ich mal sagen und dann haben wir noch ups einer verabschiede sich gerade den hier ja beiwerk aber auch ganz nett so ein jeep was das hier für eine mega duty keine ahnung sagt mir gar nichts aber sieht auch ganz schick aus gab es dann halt dazu wenn ich noch ganz cool finde ist dieser schöne mercedes slk in dieser glitzer lackierung und hier hinten mit hotwheels aufdruck was ich hier ganz beachtlich finde dass die scheinwerfer tatsächlich einzelne parts sind das ist so ein dunkles glas ihr seht da oder kunststoff sicherlich ihr seht das vielleicht wenn ich so ein bisschen gegen das licht halte heute ist das ja dann mehr so aus einem guss meistens sind die lampen dann auch gar nicht angemahlen aber hier ist das tatsächlich aus kunststoff kommt leider nicht so richtig zur geltung hätte man vielleicht ein bisschen heller machen sollen und es wäre natürlich noch ein highlight gewesen wenn der mercedes stern bedruckt gewesen wäre aber das war gerade für die damalige zeit wäre es wohl ein bisschen zu viel gewesen der wagen ist relativ schwer das ist noch die zeit wo sowohl der unterboden als auch die karosserie aus spritzguss waren heute ist ja meist nur noch ein teil aus metall entweder der boden oder halt die karosserie das war hier noch die gute alte zeit wo die teile auch noch richtig schwer in der hand lagen da neben den hot wheels gab es da noch ein kleines star trek konvolut wo mich eigentlich hauptsächlich diese beiden figuren hier interessiert haben einmal lieutenant commander warf in seinem kriegs outfit hier klingen warrior warf finde ich sehr sehr cool die figur ich habe gar nichts aus dieser star trek next generation line muss ich auch nicht unbedingt haben aber diese figuren die fand ich einfach cool und die waren wirklich sehr günstig die tollern ist halt auch bei sammlern nicht sehr begehrt muss man sagen also die gibt es für einen schmalen taler und auch hier dieser hugh borg ich glaube das ist die geschichte wo sie diesen jungen borg finden und irgendwie versuchen zu resozialisieren ich bin mir nicht ganz sicher es wurde auch einer glaube ich der letzten gewesen hier aus der siebten wave die karten sind sehr schön gemacht finde ich hier so abgerundet mit dem Raumschiff enterprise weiß ich noch nicht so ganz genau ob ich die auspacken soll die bubble ist nicht mehr ganz so schön der blister ist ein bisschen vergilbt und auch so ein bisschen duft sag ich mal ja muss ich mal schauen ob ich den hier oder ob ich die beiden auspacke bin ich mir noch ein bisschen unsicher aber auf jeden fall nette figuren zum schmalen taler am nachbartisch von mo habe ich dann noch das hier mitgenommen 24 zauberbilder masters of the universe von remus das steht schon sehr sehr lange auf meinem wunschzettel ich hatte nämlich genau dieses zauberbilder buch oder diesen blog als kind findet man heute noch sehr sehr schwer wie eigentlich alles von remus und wenn dann meist zu recht hohen preisen ich habe es noch nie unbenutzt gesehen ist auch dieses leider nicht und der junge hat halt auch hier seine rolle absolut übertrieben gerade beim ersten bild also man sollte eigentlich so fein mit dem bleistift rüber gehen und dann gibt es halt so parts die so aufgeraut sind und da bleibt dann eben das schwarz des bleistiftes stärker hängen als bei dem restlichen glanzpapier und dann kommen eben diese bilder zum vorschein aber das hier ist schon ein bisschen übertrieben zum glück hat es dann hier ein klein wenig ruhiger angehen lassen das hier ist dann sogar so finde ich das sogar ganz okay ja ich hoffe dass ich es irgendwann nochmal komplett unbenutzt finde es eben schwer ist hier wird sogar eine geschichte erzählt und die gibt es auch in einem malbuch eine relativ wilde geschichte wo beastman hier teela gefangen nimmt und skelettor sie dann unbedingt heiraten will erinnert so ein bisschen an die flash gordon geschichte wo ming ja auch unbedingt die dale arden die freundin von flash gordon ehelichen möchte und hier verschleppt er sie dann nach castle greyskull skelettor hat den thron erobert und als könig braucht er natürlich hier eine entsprechende braut und das soll dann die jedoch etwas widerspenstige teela sein natürlich rettet himlern sie am schluss aber hier stellt sich skelettor vor wie toll das wäre hier mit ihr das neue königsbad zu stellen aber da kommt auch schon himlern sieht das herrenlose einhorn und weiß sofort was los ist der rest ist noch unbenutzt aber die erste hälfte ist eben hier teilweise recht wild ausgemalt in anführungsstrichen aber trotzdem hat es mich gefreut dass ich das gefunden habe und es war für einen schmalen thaler hat mich jetzt 15 euro gekostet die werden halt sonst gerne auch so um 50 euro gehandelt und es ist sonst halt wirklich im schönen zustand und ja bis ich vielleicht noch mal ein besseres finde bleibt das erstmal so in meiner sammlung ja ganz besonders gefreut habe ich mich auf der los amigos auch über die anwesenheit von simon eckert dem großartigen moto künstler dem wir die neuen absolut fantastischen artworks der masters of the universe masterworks und new eternia line zu verdanken haben und der war da mit seinen kunstwerken vor ort man konnte sich da also in diner 4 gedruckt in fantastischer qualität einige seiner artworks mitnehmen und das habe ich auch gerne getan denn ich sammle die line an sich jetzt nicht unbedingt aber ich schweife ein wenig ab auf jeden fall habe ich mich sehr gefreut simon eckert getroffen zu haben wir uns auch kurz unterhalten und was mich wirklich gewundert hat dass er mich erkannt hat ich kam da an den stand und hatte nicht mal mein zodax zeitresort t shirt an und trotzdem meint er direkt zu mir zodax zeitresort und da war ich so ein bisschen irritiert weil ich kurz dachte haben wir uns doch schon mal irgendwo getroffen aber ich habe da noch mal nachgedacht im nachhinein und kam zu dem schluss nein wir haben uns noch nie gesehen also simon ich weiß nicht ob du meine videos guckst wenn ja dann ganz ganz lieben grüß an dich und danke für deine tolle kunst die du ja für uns fans sozusagen an fertig im auftrag von mattel und danke für die netten gespräche die wir hatten wir saßen nachher auch noch zusammen und er hat so ein würstchen da gegessen am selben tisch wo ich saß und mich an einem sehr sehr heißen crepe versucht habe und ich zeige euch jetzt natürlich mal was ich mir vom simon habe mitgenommen ja und meiner meinung nach sind alle artworks von simon eckhardt einfach großartig ganz ganz große moto kunst selbst betroffen hat er sich allerdings meiner meinung nach mit webstore webstore sah nie so cool aus wie auf dieser card back hier also ich finde der charakter ist einfach unglaublich gut getroffen sieht mega mega gut aus auch die zeichnung auf der seite ist richtig stark aber die auf der rückseite die da trifft es für mich zu 100 prozent das ist webstore und leider gerade diese ikonische zeichnung hatte er nicht dabei alle anderen hat er dabei nur der webstore nicht da sieht man eben auch wie beliebt die ist die konnte er wohl noch nicht nachdrucken lassen ich weiß gar nicht mehr genau was er dazu gesagt hatte deswegen jetzt hier halt nur als karton aber ich sag mal so am zweitbesten gefällt mir eigentlich hier der battle armor he-man er hatte auch immer gleich beide artworks dabei einmal das von der seite und also von der seite des kartons und dann einmal das von der rückseite und hier ist das rückseiten motiv den habe ich noch nicht den himmel auf den warte ich noch aber ich habe schon mal das artwork und ich finde es sieht auch einfach großartig aus hier auch schön mit castle greyskull und sogar noch mit dem geist so wie er früher dargestellt wurde im hintergrund und dann hier dieses wunderbar heroische artwork und das habe ich mir dann auch von ihm signieren lassen wenn man überhaupt was kritisieren möchte würde ich sie hier kritisieren aber vielleicht war das auch eine vorgabe dass die maler mara oder wie sie heißt hier im hintergrund auftauchen soll hier hätte mit tila natürlich deutlich besser gefallen denn das ist ja schon eine sehr unbekannte figur und es hätte mich auch gefreut wenn einer von den kollegen hier man abends gewesen wäre aber das ist wirklich jammern auf sehr hohem niveau was ich dagegen sehr cool finde sind hier die niedergestreckten horde trooper und hier auch dieses horde banner was hier am boden liegt und he-man steht triumphierend darüber absolut großartig und hier ist eben das entsprechende side artwork dazu die sind ja immer so gestaltet dass man einmal die figur in groß hat so in porträtform und dann nochmal da drunter und es ist wirklich wirklich toll ich finde auch die goldfarbe sieht absolut klasse aus es ist richtig shiny aus obwohl es halt normal gedruckt ist dann seht ihr ja aber es scheint richtig so ja zu glänzen als wenn da wirklich so goldstaub aufgetragen wäre ganz tolles artwork ja ich habe noch ein paar mehr mitgenommen ich werde sie euch jetzt nicht alle im einzelnen zeigen denn ihr kennt sicherlich die artworks denn sie sind ja auf den figuren hinten drauf hier ist zum beispiel der minicomic triclops noch dabei ich kann einfach nur nochmal sagen vielen vielen dank simon für deine großartigen artworks so habe sie jetzt doch nochmal kurz aufgefächert zumindest die side artworks und das sind halt die fünf die ich mir hier ausgesucht habe leider gibt es ja den battle armor skeleton noch nicht vielleicht kommt er noch oder den dragon blaster skeleton das hätte mich natürlich sehr gefreut hoffe ich einfach mal dass der noch rauskommt solange der gute simon die artworks noch macht denn das wäre natürlich eine tolle ergänzung hier noch zu dem he-man ja und damit kommen wir auch schon zum letzten kauf des tages nämlich diesem duplico ja ich musste schon ein bisschen schmunzeln als ich mich daran erinnert habe auf der letzten los amigos oder jetzt muss man sagen die vorletzte da war der kollege noch sehr schwer zu finden stand da für 125 euro auf der los amigos 5 und jetzt auf der los amigos 6 für gute 20 euro und ich mochte diese figur schon immer als ich das erste mal gesehen habe dachte ich warum ausgerechnet der coolste von den sunmen warum muss der jetzt so schwer zu kriegen sein ich finde bei dieser figur die farben sehr gelungen die bemalung ist richtig stark sehr detailliert finde ich ungewöhnlich viele farbdetails für eine sunmen figur ich mag die futuristische rüstung und vor allen dingen mag ich den head skype ich finde der hat auch so ein kleines bisschen was von schwarzenegger vielleicht liegt es auch nur an der frisur aber wenn man die mal hier so nebeneinander hält gewisse ähnlichkeit ist da meiner meinung nach könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben was ihr dazu meint ist das hier der blond gefärbte schwarzenegger von eternia oder ist das quatsch ich denke ich werde ihn auch auspacken aber weiß ich noch nicht genau ich würde ihm aber gerne seine coole waffe in die hand drücken denn das ist ja auch so ein ding die meisten sunmen figur nicht nur dass sie alberne rüstung haben sondern sie haben ja auch noch total blöde waffen ganz hart gesagt aber der hier hat ja so ein cooles laser gewehr was auch noch mit einem schlauch hier irgendwie verbunden ist mit seiner rüstung und das finde ich schon sehr sehr cool und deswegen habe ich ihn mitgenommen ich habe sonst gar keinen von den sunmen außer den chef selbst und jetzt habe ich halt hier noch den guten duplico dabei und als ich mich dann so round about 18 uhr langsam auf verabschiedungstournee begeben habe und allen noch mal schüß gesagt habe habe ich auch den daniel noch erwischt daniel weiß gar der ja hauptveranstalter der los amigos und der meinte dann moment ich habe doch noch was für dich und dann kramte er kurz in seinem rucksack und kam dann mit diesen beiden phantom comics hier auf mich zu und das war tatsächlich so ein running gag bei uns schon seit der letzten los amigos wo er mir erzählt hatte ne stimmt gar nicht das war gar nicht die los amigos sondern das war die machère noir da hat er mir erzählt beim essen dass er mehrere phantom comics hätte und die nicht mehr bräuchte und dann meinte ich ja bin ich sehr interessiert weil wir hatten irgendwie drüber gesprochen und ich meinte dass ich großer phantom fan bin habe ich glaube ich hier noch nie erzählt ist aber so phantom war eigentlich so mein erster superheld in anführungsstrichen dessen comics ich gelesen habe und ich meinte ja habe ich eigentlich soweit bin ich da gut aufgestellt ich habe sehr viele schon aber er meinte aber bestimmt keine phantom made das sind nämlich die dänischen ausgaben der meinte er hat noch eine ganze kiste und wollte mir die dann immer mal zukommen lassen hat sie nie gefunden und jetzt hat er zumindest zwei exemplare gefunden und das hat mich natürlich sehr gefreut die sind hier ins dänische übersetzt sind aber eigentlich schwedische comics wenn ich mich recht erinnere da lief nämlich phantom so gut damals dass die sich die lizenz eingekauft haben und dann eigene geschichten geschrieben haben wie es auch deutschland irgendwann gemacht hat in den 80ern und diese geschichten wurden dann eben auch ins deutsche unter anderem übersetzt aber eben auch ins dänische und was das interessante ist die original ich sage es einfach mal schwedischen ausgaben und auch die dänischen sind unzensiert wohingegen die deutschen versionen leicht zensiert waren und zwar hauptsächlich wenn es um Freizügigkeit ging ja die Phantom Comics war noch nie besonders brutal aber es gab doch die eine oder andere nackte Brust zu sehen was natürlich für Superhelden Comics sehr ungewöhnlich ist es waren dann eben auch nur die aus Europa und witzigerweise liegt hier so eine lose Doppelseite aus der Mitte eines anderen Heftes drin diese Geschichte ist auch in Deutsch erschienen ich glaube unter dem Titel die Piratenbraut und die Piratenbraut ist hier ganz schön sexy unterwegs und man sieht sie hier auch sehr leicht bekleidet muss man ja eigentlich bei YouTube abdecken sowas und im deutschen war das nicht so in den deutschen Varianten da hatte sie haben sie einen Oberteil drüber gezeichnet oder so ein Höschen hier in dem Fall damit man halt damit den Kindern hier nicht zu viel zugemutet wird in Deutschland war glaube ich viel viel mehr als in den anderen europäischen Ländern gerade so Belgien und Frankreich da hat man ja früh erkannt dass Comics auch Erzählkunst für Erwachsene sein kann und in Deutschland war ja Donald Duck, Mickey Mouse das war eine absolute ja eine Sache für Kinder eben und da fand man das wohl unpassend mit der nackten Dame und hat halt die und einige mehr auch dann eben mit Kleidung zensiert zum Glück haben sie keine schwarzen Balken drüber gehauen sondern waren schon etwas kreativer und haben halt entsprechende Oberteile drüber gemalt ich weiß gar nicht, ich glaube die gute Piratenbraut kommt sogar in die erste Seite die ich aufschlage kommt in dieser Geschichte auch nochmal vor also ja, das war hier schon wilde Sachen ich glaube diese Geschichte ist überhaupt nie auf Deutsch erschienen da hätte man jetzt auch einiges zensieren müssen aber ja, Phantom, ganz ganz wilde Geschichten jetzt ist das Video fast schon ab 18 die Hefte sind leider nicht mehr in so gutem Zustand aber hat mich natürlich sehr gefreut Cover Artwork großartig und ein schöner Abschluss zu einer absolut gelungenen Veranstaltung ja, Freunde und das war es dann eigentlich auch schon das waren meine Funde auf der Los Amigos 6 in Neuss was kann man abschließend sagen für mich war es ein absolut gelungenes Event es war natürlich ein super langer Tag ich bin viereinhalb Stunden hin, viereinhalb Stunden zurückgefahren letztlich war ich genau nach 23 Stunden wieder zu Hause aber für mich hat es sich absolut gelohnt ich werde auch nächstes Jahr wieder dabei sein ich finde die Los Amigos ist einfach die tollste Motu-Veranstaltung die wir haben in Deutschland und ich freue mich einfach jedes Mal drauf ist ein absolutes Highlight im Sammlerjahr und das nächste Highlight, was uns erwartet das ist ganz bestimmt die Toyplosion 2 und da wollte ich jetzt nochmal ein bisschen was zu diesem wunderbaren Deckenhänger hier erzählen der mir freundlicherweise von den Toyplosion Jungs zur Verfügung gestellt wurde So Freunde, hier jetzt also nochmal in Nahaufnahme damit wir diese Wahnsinnsqualität uns hier nochmal im Detail anschauen können ich hoffe das Bild wackelt nicht allzu sehr ich mache das hier freihändig denn ohne größere Umbaumaßnahmen würde ich das Teil hier gar nicht mit meinem Stativ einfangen können und die Qualität ist einfach der Wahnsinn guckt euch das an da ist nicht ein Hauch von einem Pixelfehler zu sehen da gibt es nicht ein einziges Kompressions-Artefakt das ist eine absolute Wahnsinnsqualität und wie gesagt, ich achte halt auf sowas und ich bin da so ein bisschen vorgeschädigt mein Vater war Buchdrucker hat sein ganzes Leben in einer Druckerei gearbeitet und hat mir so viel erzählt über die verschiedenen Druckverfahren woran man Nachdrucke erkennt Offset-Druck, Buchdruck diese ganzen Sachen diese feinen Unterschiede, die es da gibt Siebdruckverfahren, was man da so machen kann ich habe da wirklich sehr sehr viel mitgenommen und seitdem achte ich halt da drauf und wenn mir dann hier sowas unterkommt weiß ich das zu schätzen man muss sagen, auch dieser Druck ist jetzt nicht absolut perfekt aber das ist jetzt wirklich jammern auf hohem Niveau ich weiß zum Beispiel nicht, was hier passiert ist hier ist eine so eine helle Stelle drin und der Blitz verschwindet hier so ein ganz kleines bisschen aber da muss man schon sehr genau hingucken, dass einem das auffällt und hier beim Luke weiß ich auch nicht, was da passiert ist der hat hier so eine Doppelung drin als wenn die Figur zweimal aufgedruckt wurde aber man sieht es eigentlich nur am Kopf und hier am Arm und hier in der Hand ganz deutlich bei den Beinen und am Helm wiederum nicht weiß ich nicht, was da passiert ist aber wie gesagt, eine absolute Kleinigkeit und sonst ist das ein wunderschönes Motiv die Farben sind super kräftig ich würde sagen, wir gucken nochmal auf die Rückseite ja und auch hier sehen wir dieses wunderschöne Artwork vom Simon Eckert kommt hier einfach perfekt zur Geltung es sieht aus, als hätte er tatsächlich direkt auf diesen Deckenanhänger gemalt also hier ist auch nichts keine Treppenartefakte von Verkleinerung oder Vergrößerungsprozessen auch keine Pixelfehler keine Unschärfen, gar nichts das ist wirklich absolut perfekte Druckqualität also sowas findet man wirklich selten und ich bin schwer begeistert wie großartig dieses Artwork hier der auf dem Deckenanhänger zur Geltung kommt absolut mega gut gemacht ja und wie schon gesagt ist dieses eins von fünf Rückseiten Motiven die man sich aussuchen kann ich blende euch die anderen nochmal ein und die könnt ihr dann auf der Homepage von der Toyplosion vorbestellen aber nicht mehr lange Vorbestellschluss ist der 31.05. 23.59 Uhr also legt euch ins Zeug ordert euch dieses wunderbare Stück entweder halt mit diesem Backmotiv die andere Seite mit den Figuren ist jeweils identisch oder eben mit den Turtles mit Bravestar mit Ghostbusters oder mit Star Wars da habt ihr die freie Auswahl je nach Geschmack ich finde halt dieses Motiv hier am schönsten aber ich glaube Bravestar ist auch ganz weit vorn gefällt mir auch sehr sehr gut aber wie gesagt Vorbestellung endet am 31.05. 23.59 Uhr je nachdem wann dieses Video rauskommt ist das nur noch ein bis zwei Tage und dann heißt es abholen auf der Toyplosion Versand ist ausgeschlossen ja ich würde sagen das war es dann auch soweit von meiner Seite gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und schreibt mir doch mal in die Kommentare was ihr so zu meinen Neuzugängen sagt was war für euch das Highlight würde mich wie immer sehr freuen über einen Kommentar und ich beantworte natürlich auch alle Kommentare die mich erreichen also haut gerne fleißig in die Tasten freue ich mich sehr drüber und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen bleibt gesund passt aber ja auf und bis zum nächsten Mal Ciao ja vielleicht war es das aber doch noch nicht ganz ich hatte ja eingangs schon angekündigt dass ich am Ende noch ein paar private Worte loswerden möchte für die die es noch interessiert die jetzt bis hierhin drangeblieben sind ich habe tatsächlich einige Rückfragen bekommen ja hast du jetzt aufgehört mit YouTube machst du nichts mehr so ist es nicht aber man muss so Hobbys natürlich auch mal hinten anstellen wenn so ein paar andere Sachen anstehen und so war es auch bei mir in letzter Zeit es war tatsächlich so zwischen Februar bis Mitte April eine ziemlich stressige Zeit beruflich hier bei uns danach wollten wir uns dann erstmal davon erholen und haben uns einige Wochen Urlaub gegönnt das ging aber sozusagen nahtlos ineinander über sodass ich dazwischen auch nichts mehr gemacht habe ich hatte dann tatsächlich überlegt aus dem Urlaub ein Video zu machen aber die Internetverbindung war doch relativ mau also ich dachte na das wird wahrscheinlich nichts mit dem Upload dann hatte ich auch noch das Problem mit einem Identitätsdiebstahl das mich ziemlich genervt hat und auch ein paar Tage auf Trab gehalten hat wo also fremde Personen meine ja Login-Daten oder meine Daten genutzt haben um damit schabernackt zu treiben möchte ich mal sagen das war ja tatsächlich ein bisschen nervig war auch sehr sehr schwer aus dem Ausland das irgendwie hier vor Ort zu klären aber ist zum Glück alles gegessen hat sich soweit aufgeklärt ist jetzt auch kein größerer finanzieller Schaden durch entstanden bisher jedenfalls nicht und ich hoffe da kommt auch nichts mehr so ganz sicher sein kann man da ja nie also passt auf eure Daten auf ist natürlich ja irgendwie gefährlich man bestellt bei verschiedensten Shops gibt überall irgendwie seine Kontaktdaten an E-Mail-Adresse, Handynummer und so weiter und wenn da mal dann irgendwo so ein Daten-Lack ist kenne ich noch aus meinem alten Job ich habe ja mal in der Sicherheitsbranche gearbeitet damals in der Bank und da kennt man diese ganzen Abläufe ja aber irgendwann kann man dann auch mal selber zum Opfer werden schützt einen alles nichts selbst wenn man über solche Sachen Bescheid weiß kann es einem passieren man muss dann halt rechtzeitig reagieren das habe ich gemacht und jetzt zum Glück da alles wieder soweit im grünen Bereich wie gesagt dann hatte ich noch einen ziemlichen Downer als wir aus dem Urlaub zurück kamen habe ich etwas verloren was mir doch irgendwie emotional sehr wichtig war und zwar mein Ehering habe ich liegen lassen und ist mir weggekommen sozusagen ich habe ihn der Klassiker beim Händewaschen abgenommen und dann ja einfach vergessen mich bei diversen Fundbüros gemeldet ist aber leider nicht wieder aufgetaucht der Mann vom Fundbüro hier in Hamburg meinte auch nur ganz lakonisch naja den werden sie wohl nicht wiedersehen aber seien sie doch froh dass die Frau noch da ist und das bin ich auch denn wir hatten tatsächlich in unserem Urlaub Hochzeitstag und dann ist das irgendwie ein komisches Omen wenn dann kurz darauf der Ehering verschwindet aber ja wie gesagt solange die Frau noch da ist aber tatsächlich hat mich das auch so ein bisschen runtergezogen ja und dann war wie gesagt direkt die Los Amigos auch wieder viel Stress drum herum war und dann gehen die Tage ins Land und irgendwann merkt man Mensch das ist wirklich schon eine ganze Weile nichts mehr gemacht deswegen halt hier jetzt dieses Video ist wahrscheinlich wieder relativ lang geworden bis hier hin mal gucken wo wir nach dem Schnitt dann landen ich sage auf jeden Fall vielen vielen Dank für alle die bis hier dran geblieben sind und euch vielleicht auch noch meine kleine private Geschichte angehört haben wie gesagt könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben ob euch sowas überhaupt interessiert aber ich denke wenn nicht hättet ihr wahrscheinlich schon abgeschaltet insofern sage ich nochmal Danke und jetzt soll es das aber gewesen sein bis dahin wir sehen uns tschau